Ein gebrauchter VW Sonstige steht hier zum Verkauf. Der graue Transporter bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 179.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2007. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Klimaanlage, ESP, Servolenkung, Anhängerkupplung, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 131 PS. Für eine Besichtigung oder Probefahrt steht Ihnen das Fahrzeug jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017